Die dir auf den ersten Blick einfachste Art, ein Panorama zu erstellen, ist die sogenannte Schwenkpanorama-Funktion. Diese macht ein Panorama, indem du die Kamera einfach horizontal schwenkst und damit quasi deine Umgebung abscannst. Je nachdem, wie gleichmäßig du dabei schwenkst und wie gut die Verarbeitung in der Kamera funktioniert, können dabei aber durchaus oft sogenannte Stitching-Fehler auftreten, an denen du dann nachträglich nichts mehr ändern kannst. Diese Fehler machen sich in unsauberen Kanten oder Geisterbildern bemerkbar. Oft ist auch die Bildgröße bei solchen Schwenkpanoramen beschränkt. Das heißt, vertikale Auflösung ist meist deutlich kleiner als die Sensorauflösung der Kamera. Größere Bilder kann die Kamera intern nicht erzeugen. Für den anspruchsvollen Fotografen ist es deshalb besser, wenn die Kamera einen Panoramaassistenten hat, der es erlaubt, Einzelbilder in voller Qualität und Auflösung abzuspeichern. Der Assistent hilft dir beim Fotografieren des Panoramas, indem er Teile des vorigen Bildes transparent über das Live-Bild auf dem Monitor oder Sucher legt. Damit kannst du dann das nächste Teilbild in Ruhe sauber ausrichten. Die Einzelbilder müssen dann aber natürlich später in einer Bildbearbeitungssoftware zusammengesetzt werden. Dafür gibt es spezielle Programme. Aber auch viele Bildbearbeitungsprogramme können das. Dabei entstehen dann wirklich eindrucksvolle Panoramafotos mit einer sehr hohen Auflösung von zum Beispiel 50, 100 oder noch mehr Megapixel. Diese lassen sich sehr groß ausdrucken. das ist sehr, was ich nur in der Lage gibt, eine sehr hohen Auflösung. Ich habe gesprochen. Ich habe aber jetzt noch nicht einen Einzelbilder